Jesus, wenn wir jetzt gemeinsam deinen Kreuzweg gehen, dann gehst du uns voraus und zeigst uns, dass du auf deinem Kreuzweg auch mein Kreuz getragen hast. Nein, du hast es nicht irgendwann in der Vergangenheit getragen, denn deine Liebe ist meinem Leben gleichzeitig. Du trägst es heute mit mir und für mich und wunderbarerweise willst du, dass nun ich, wie Simon von Cyrene damals auch, meinerseits dein Kreuz mittrage und im Mitgehen mit dir in den Dienst der Erlösung der Welt trete. Hilf uns, dass unser Kreuzweg nicht bloß das Gefühl eines Augenblicks ist. Hilf uns, nicht nur in Gedanken mit dir mitzugehen, sondern mit dem Herzen ganz praktisch in unserem Alltag deinen Weg zu gehen. Hilf uns, dass wir immer auf deinem Weg bleiben. Erste Station Jesus wird verurteilt Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Matthäus Pilatus sagte zu ihnen, was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle, ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Jesus steht vor Pilatus, der die Macht hat, ihn freizusprechen oder zu verurteilen. Pilatus ist nicht durch und durch böse. Er weiß, dass dieser Angeklagte unschuldig ist und sucht nach einem Weg, ihn freizubekommen. Aber Pilatus ist halbherzig. Seine eigene Stellung, sein Ego ist ihm am Ende doch wichtiger als das Recht. Wir hören dazu das Zeugnis eines Richters. Ein Richter hat gegenüber jedermann unparteiisch zu urteilen und ist allein an das Recht und Gesetz gebunden. Diese Vorgaben waren Pilatus bewusst. Er hielt als Richter den Angeklagten für unschuldig. Entgegen seiner Überzeugung beugte er sich dann hasserfüllten Einflüssen anderer Menschen. Es musste für ihn eine zutiefst beschämende Erfahrung gewesen sein, von den äußeren Einflüssen eingeknickt zu sein. Jesus, dich hat ungerechtes Urteil getroffen und doch bist du gütig geblieben. stehe denen bei, die von anderen verurteilt werden und lass uns von dir sanft Mut lernen, wo immer Beurteilung oder Verurteilung uns verletzt. Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus. Zweite Station. Jesus wird gegeißelt und verspottet. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Johannes. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, Seht, der Mensch. Jesus, der Verspottete, trägt die Krone des Leidens und ist gerade so der wahre König. Sein Zepter ist Gerechtigkeit und Gerechtigkeit kostet in dieser Welt Leiden. Er, der wirklich König ist, herrscht nicht durch Gewalt, sondern durch die Liebe, die für uns und mit uns leidet. Seht, der Mensch. In diesem Anblick Jesu wird die tiefe Gebrochenheit der ganzen Menschheit offenbar. Kriege, Diktaturen, Katastrophen. Doch nicht nur im Leben anderer, ganz persönlich in unserem Leben, spüren wir diesen tiefen Riss der Sünde. Wo ähnelt unser innerliches Bild dem verspotteten, gegeißelten Jesus? Jesus, du hast dich verspotten und beschimpfen lassen. Hilf uns, dass wir nie in den Spott auf die Leidenden und die Schwachen einstimmen. Hilf uns, in den Erniedrigten, in den an dem Rand gestoßenen dein Gesicht zu erkennen. Hilf uns, den Weg der Liebe zu gehen, auch wenn es bedeutet, dass wir dir auf dem Kreuzweg nachfolgen. Dritte Station Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Lesung aus dem Buch Jesaja Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihm die Schuld von uns allen. Der Fall Jesu unter dem Kreuz ist nicht nur das Hinfallen des durch die Geißelung zu Tode erschöpften Menschen Jesus. In diesem Fall bildet sich noch Tieferes ab, wie Paulus sagt. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Im Fallen Jesu unter der Last des Kreuzes erscheint sein ganzer Weg, sein freiwilliger Abstieg, um uns von unserem Stolz aufzuheben. Wo falle ich so häufig und tief, dass ich mich vor Scham und Stolz nicht mehr traue, Jesus hineinzulassen, mir von ihm aufhelfen zu lassen? Wagen wir es, in Zeiten der innerlichen, aber auch der weltlichen Krisen, wirklich auf Jesus zu schauen und ihn vertrauensvoll, um Hilfe zu bitten? Jesus, du kennst unsere Schwächen. Von innen hast du alles erlebt. Darum übergeben wir dir all unsere Lasten und die Schläge, die das Schicksal uns zufügt. gib uns den Mut, wenn wir gefallen sind, wieder aufzustehen. Jesus, 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 Jesus. Jesus. 4. Station Jesus begegnet seiner Mutter Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Lukas Simeon sagte zu Maria, der Mutter Jesu, Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihm zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Am Kreuzweg Jesu steht Maria. Die Jünger sind geflohen, sie flüchtet nicht. Sie steht da mit dem Mut der Mutter, mit der Treue der Mutter, mit der Güte der Mutter und mit ihrem Glauben, der in den Finsternissen widersteht. Wo suchen wir Trost, wenn wir nur noch die Dunkelheit sehen? Zerstreuen wir uns, im Internet, mit dem Feiern etc. Und fliehen der Situation? Oder wissen wir, dass wir in diesen Zeiten alles auf Jesus schmeißen dürfen? Sind wir selber Träger und Tröster, auch für die Leidenden in unserem Umfeld? Schaffen wir es, stellvertretend für andere ein so unerschütterliches Vertrauen in Gott zu haben, wie Maria es hatte? Jesus, du lässt dich von deiner Mutter trösten und stärken, um deinen Weg bis zum Ende zu gehen. Du hast sie uns an die Seite gegeben. Hilf uns, auch wenn alles dunkel ist, mit Maria auf den Sieg zu warten und zu hoffen. Fünfte Station Simon von Cyrene trägt das Kreuz Jesu mit Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Zwei Lesungen aus dem Evangelium nach Matthäus Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Simon, der von der Arbeit kommt, tut, was er tun muss. Aber aus der unfreiwilligen Begegnung wird Glaube. Im Mitgehen und Mittragen erkennt Simon, dass es Gnade ist, mit dem Gekreuzigten zu gehen und ihm beizustehen. Der Blick des leidenden Jesus hat ihn ins Herz getroffen. Wir hören das Zeugnis eines jungen Arztes, der in der Lombardei Corona-Kranke pflegt. Niemals in meinen dunkelsten Albträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen geschieht. Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Jetzt müssen wir zugeben, wir als Menschen sind an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben erkannt, dass dort, wo das, was der Mensch tun kann, endet, wir Gott brauchen. Und wir haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten, wenn wir ein paar Minuten Zeit haben. Ich war seit sechs Tagen nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe. Und mir wird meine Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst. Und ich möchte meinen letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Jesus, dir strecken wir unsere Arme entgegen, um dir in den geringsten deiner Brüder zu helfen. Stärke unser Vertrauen, dass die unbedeutendsten Tagen wertvoll sind. Jesus, 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 Jesus. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Veronika lässt sich von der Brutalität der Soldaten nicht anstecken und von der Angst der Jünger nicht lähmen. Sie reicht Jesus ein Schweißtuch. Veronika verkörpert die Sehnsucht aller glaubenden Menschen, das Antlitz Gottes zu sehen. Im vom Schmerz gezeichneten Menschengesicht Jesu erkennt sie das Antlitz Gottes und seine Güte. Nur mit dem Herzen können wir Jesus sehen. Nur die Liebe ist es, die uns sehen und rein macht. Nur sie lässt uns Gott erkennen, der selbst die Liebe ist. Wir hören das Zeugnis eines 18-jährigen Mädchen im Dienst bei den Mutter-Teresa-Schwestern. Am Anfang sah ich in den Alten und Kranken nur Verzweiflung und Elend. Ich fand sie abstoßend. Doch als ich den Ekel überwand und ihnen auf einmal in ganz kleinen, einfachen Gesten Nähe, Liebe und Geduld zeigen konnte, da kam das Tausendfache an Dankbarkeit, Liebe und Treue zurück. Jesus, Gott selbst schaut uns in dir voller Liebe an. Indem wir dich anschauen und uns von dir anschauen lassen, werden wir verwandelt und dürfen selbst ganz Liebe werden. Komm, Heiliger Geist, und bilde unser Herz nach dem Herzen Jesu. 7. Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Lesung aus dem Buch der Klagelieder Ich bin der Mann, der Leid erlebt hat durch die Rute seines Grimms. Er hat mich getrieben und gedrängt in Finsternis, nicht ins Licht. Mit Quadern hat er mir den Weg verriegelt, meine Pfade irregeleitet. Meine Zähne ließ er auf Kiesel beißen, er drückte mich in den Staub. Im dreimaligen Fallen Jesu werden uns die Dimensionen des menschlichen Gefallenseins vor Augen geführt. Der Fall des Menschen nimmt in der Geschichte immer neue Formen an. Immer wieder will der Mensch Gott endgültig abschieben und ist damit dabei, den Menschen abzuschaffen. Der Mensch liegt im Staub. Der Herr trägt diese Last und fällt und fällt, um zu uns zu kommen. Er fällt, um uns aufzuheben. Therese von Lisieux sagte einmal, Hätte ich auch alle Verbrechen der Welt begangen. Ich ginge hin, mich in die Arme Jesu zu werfen, denn ich weiß, wie sehr er das verlorene Kind liebt, das zu ihm zurückkehrt. Jesus, Du bist nicht davor zurückgeschreckt, ganz klein zu werden. Mach uns Mut, damit wir keine Angst haben vor unserer Kleinheit und auch nicht vor den finsteren Seiten unseres Lebens. Zeige durch unsere Erlösung Deine großzügige Liebe. Achte Station Jesus begegnet den weinenden Frauen Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Lukas Jesus wandte sich zu ihnen und sagte, Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder, denn es kommen die Tage, da wird man sagen, Wohl den Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, Fall auf uns! Und zu den Hügeln deckt uns zu, denn wenn das mit dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? Es macht uns nachdenklich, wie streng Jesus zu den weinenden Frauen spricht, die ihn doch begleiten und um ihn klagen. Es reicht nicht, mit Worten und Gefühlen über die Leiden dieser Welt zu klagen, während unser Leben doch weitergeht, wie es immer war. Deswegen macht uns Jesus auf die Gefahr aufmerksam, in der wir selber leben. Er zeigt uns den Ernst der Sünde und den Ernst des Gerichts. Nimm einen Zettel und einen Stift und schreibe eine Sache nieder, die du bis jetzt oft innerlich beweint, jedoch nie tatkräftig geändert hast. Es muss keine große Sache sein. Vielleicht einfach ein schon lange fälliges Telefonat mit deiner Großmutter. Jesus, du bist mitten unter uns in guten und ganz besonders auch in bösen Tagen. Wende unseren Blick immer und immer wieder dir zu, der du in uns lebst, und lass uns so Trost erfahren. Neunte Station Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Buch der Klagelieder Der Mann sitze einsam und schweige, wenn der Herr ihn ein Joch auflegt. Er beuge in den Staub seinen Mund. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Wange dem, der ihm schlägt, und lasse sich sättigen und mit Schmach. Denn nicht für immer verwirrt der Herr. Hat er betrübt, erbarmte sich auch wieder nach seiner großen Huld. Was kann uns der dritte Fall Jesu unter dem Kreuz sagen? Müssen wir nicht auch daran denken, wie viel Jesus in seiner Kirche selbst erleiden muss? Wie oft feiern wir nur uns selbst und nehmen ihn gar nicht wahr? Wie oft wird sein Wort verdreht und missbraucht? All das ist in seiner Passion gegenwärtig. Der Verrat der Jünger muss doch der tiefste Schmerz des Erlösers sein, der ihn mitten ins Herz trifft. 3677 Das ist die Zahl der bekannten Missbrauchsfälle der katholischen Kirche in Deutschland. Eine niederschmetternde Zahl. Ein schmerzhafter, tiefschwarzer Fleck auf unserem eigenen Gewand. Wie gewaltig muss Gottes Barmherzigkeit sein, der Kirche, seiner Braut, selbst nach diesem Fall wieder die Hand zu reichen. Jesus, wir danken dir für deine unendliche Treue. Lehre uns, weiter vorwärts zu schauen. Festige uns im Glauben, dass es bei dir immer neue Chancen für uns gibt. Jesus 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 10. Station Die Soldaten werfen das Los um sein Gewand. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Matthäus So kamen sie an dem Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Das Gewand weist den Menschen seine soziale Stellung zu. Es gliedert ihn in die Gesellschaft ein, macht ihn zu jemandem. Die öffentliche Entblößung bedeutet, dass Jesus nun nichts mehr ist. Ein Ausgestoßener, der Verachtung preisgegeben. Jesus durchschreitet alle Stationen und Stufen des menschlichen Verlorenseins. Und jede dieser Stufen ist in aller Bitterkeit ein Schritt der Erlösung. Er führt gerade so das verlorene Schaf wieder heim. Beides, Körper und Kleidung, sind extrem im medialen Fokus unserer heutigen Gesellschaft. Damit verbunden ist viel Scham und Entblößung, Vergleich und Selbsthass. Essstörungen sind weit verbreitet. Mehr als jeder fünfte Jugendliche ist davon betroffen. Nehme ich meinen Körper als Geschenk und als Tempel des Heiligen Geistes wahr und kleide und pflege ich mich dementsprechend? Im Leiden dieser körperbezogenen Scham können wir uns vereinen mit dem Entblößten Jesus. Jesus, an dieser Station vertrauen wir dir alle Menschen an, die in ihrer Scham verletzt worden sind, weil das Kostbare und Schützenswerte, das in ihrem Leib da ist, lieblos oder gewaltsam behandelt wurde. Lass sie spüren, wie dein liebevoller Blick sie trifft und einhüllt. Elfte Station Jesus wird gekreuzigt Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Johannes Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, rechts und links, Jesus aber in der Mitte. Pilatus hatte auch eine Anschrift schreiben und am Kreuz anbringen lassen. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Den angebotenen Betäubungstrunk trinkt Jesus nicht. Er nimmt den ganzen Schmerz der Kreuzigung bewusst auf sich. Halten wir inne vor diesem Bild des Schmerzens, vor dem leidenden Gottessohn. Schauen wir auf ihn. Halten wir einen Moment stille. Jesus, was du für uns am Kreuz getan hast, übersteigt unser Begreifen. Die Leidenschaft deiner Liebe, die Tiefe deiner Hingabe können wir nur erahnen. Schenke uns, dass wir uns dankbar von deiner Liebe ergreifen lassen, wo wir dich nicht begreifen können. Jesus, Jesus, Jesus. Zwölfte Station Jesus stirbt Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Matthäus Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut Eli, Eli, Lema Sabachthani Das heißt Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er seinen Geist aus. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten Wahrhaftig Das war Gottes Sohn Das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist. Die Erde erbebt. In seinem Abstieg ist Jesus aufgestiegen. Nun hat er radikal den Auftrag der Liebe erfüllt. Er hat sich weggegeben von sich selber. Und gerade so ist er nun die Erscheinung des wahren Gottes. Des Gottes, der die Liebe ist. Nun wissen wir, wer Gott ist. Halten wir einen Moment stille. Jesus, alle Tränen wirst du von unseren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, wird vergangen sein. Alles wirst du neu machen. Jesus 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 13. Station Jesus wird mit einer Lanze durchstoßen Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Johannes Die Soldaten kamen und zerschlugen dem einen die Beine und ebenso dem anderen, der mit ihnen gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm seine Beine nicht, sondern einer von den Soldaten stieß ihm seine Lanze in die Seite und sofort kam Blut und Wasser heraus. Nun, da alles durchlitten ist, zeigt sich, dass er trotz der Macht von Hass und Gewalt nicht allein geblieben ist. Es gibt die Getreuen, Maria, seine Mutter, die Frauen und Johannes, den Jünger, den er liebte. Über die Stunde der großen Trauer, der großen Verfinsterung und der Hoffnungslosigkeit steht auch geheimnisvoll das Licht der Hoffnung. Der verborgene Gott ist doch der lebendige und der nahe Gott. Der gestorbene Herr bleibt doch der Herr und unser Retter, auch in der Nacht des Todes. Wir hören das Zeugnis einer Mutter, deren Kind gestorben ist. Unser Sohn ist als Kind an einem Tumor erkrankt. Wir haben gebetet, gehofft, gebangt und wussten doch, dass wir ihn verlieren werden. Final haben wir ihn aus der Klinik nach Hause geholt. Er sollte bei uns sein. In der Nacht seines Todes konnten auch wir unser Kind noch einmal mit unserer Liebe, unserem Schmerz, im Arm halten, ihn spüren, ihn bergen. Im Glauben sind wir uns sicher. Unser Sohn ist als Erlöser in der Fülle des Lebens bei Gott und mit ihm auch ein Teil unserer Liebe. Jesus, wir danken dir, dass du uns deine Liebe bis zum Ende gezeigt hast. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das hast du getan. Lass uns warten und hoffen auf den Morgen deiner Auferstehung, der alles verändert. 14. Station Jesus wird ins Grab gelegt Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aus dem Evangelium nach Matthäus Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leintuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor dem Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. In der Stunde der Grablegung beginnt sich das Wort Jesu zu erfüllen. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Jesus ist zum gestorbenen Weizenkorn geworden. Von dem gestorbenen Weizenkorn her beginnt die große Brotvermehrung, die bis zum Ende der Welt anhält. Er ist das Brot des Lebens, das im Überfluss für alle Menschheit reicht und ihr die Nahrung gibt, das, wovon der Mensch in Wahrheit lebt, das ewige Wort Gottes, das Fleisch und so Brot geworden ist, für uns durch Kreuz und Auferstehung. Jesus macht sich für uns im Brot radikal verfügbar. Er kommt in uns durch die Kommunion. Er wird eins mit uns. Er ist im Allerheiligsten immer da, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Wir müssen ihm nur die Tür öffnen. Ist mir seine treue Präsenz bewusst? Gebe ich ihm Raum in meinem Herzen? Lasse ich mich innerlich verwandeln? Zum Schluss dieses Kreuzweges bist du herzlich eingeladen, auf einen Zettel eine Sache zu schreiben, die in dir selbst tot ist, und diesen Zettel unter dein Kreuz oder in deine Gebetsecke zu legen. Wir wollen gemeinsam dieses spezielle Anliegen bis Pfingsten im Gebet tragen, im festen Vertrauen, dass der Herr ganz konkret wirkt. Jesus, wir sehen deinen Leib in Leinen binden, und er sieht in ihnen aus wie ein Leibbrot. Du bist das Brot für unsere Seele, die nach Leben hungert und dürstet. Deine Liebe wird den Durst unserer Seelen stillen und unser Herz mit Freude füllen. Jesus, wie das Weizenkorn aufsteht, aus der Erde als Heim und Ehre. So konntest auch du nicht im Grab bleiben. Das Grab ist leer, weil er, der Vater, dich nicht im Tod lässt. Nein, du bist nicht verwest. Du bist auferstanden und hast uns Raum im Herzen Gottes gegeben. Lass uns durch diese Hoffnung froh werden und sie freudig in die Welt hineintragen, Zeugen deiner Auferstehung sein. Amen. Jesus 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 Amen.